ja herzlich willkommen zu ganz simplen einfach mal drauf losgezockt nämlich ein uschi zockt blind was zocken wir mit zocken nikot ich habe kein blassendunst was das ist ob ein strichmännchen schwertkampf spiel ich habe kein blassendunst ich habe ja mein controller angeschlossen wir werden jetzt einfach mal schauen was das hier bringt ich habe mich kein blassendunst was haben wir hier multiplayer how to play brauchen wir nicht quick death real option tournament single play wir nehmen einfach single player bevor wir uns hier ach hier gibt es was in der high score ok ok aber in a luxe bewege ich ok das ist pause oh ja wohl ja gut an was was geht's hier überhaupt ich bin schwer da ok warte nach unten kann ich mein schwert aufheben kann ich kicken wieso verliere ich hier immer mein schwert auf so eine enge passage wenn man in die fresse taucht läuft bei dir das muss ich nach rechts aber ok ok wir müssen ok lasst uns mal ein bisschen ok wie hat er das gemacht hat doch hier so komisch gemacht du hast dein messer nicht aufgehoben du idiot oh ich hab was auch so irgendwie hat er doch so komisch mit deinem messer rumgefummelt der lämmel ich hab's gar keine chance wenn du dein messer laufst es ist feierabend kannst du gar nichts machen naja voll voll die eier am spieß ja in die fresse ja was los hat er mir eiskalt gezeigt was er von mir hält ja 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 ok Zeig mal, dass du eine Fechtskill-Taste hast. Ich habe hier... Okay, all right. Einige haben uns auf Unentschieden, mein Freund. Alter. Er lässt mich einfach ausbluten. Wer deckt sich so ein Scheiß aus? Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß, dass du das Schwert hier irgendwie... Ja, mega-Kombo, baby. Höh? Höh? Oh. Ähm. Schüttel-Demord! Ha, der Messer klaut mich auch stochen damit. Ha, Spaß. Ha, ha, ha. Ja, von da hinten ganz wenig anrichten. Höp, höp, hum! Oh, Spaß. Hacke, hake, hake. Zu viel der Ehre, meine Freunde. Zu viel der Ehre. Was zum Teufel war das denn? 14 Kills und 8 Kills. Okay. Höh. Ja, kann man nochmal einen machen, wa? Ja, würde ich sagen. So ein kleines, kurz, zock, äh, blind. Oh, oh, oh. Jetzt sind wir ja in den Wolken, aber wenn du nicht willst, dann gehen wir einfach. Ha, ha, ha. Okay. Ha? Ah, die Schnauze. Schön, ein bisschen Nasenloch. Oh, oh. Ich bin ja immer so emotional dabei, das ist immer gefährlich. Oh, 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 oh. Ha, ha. Ha, oh. Ha. Nein, ich bin ja voll in seinen Säbel rein. Ha, ha. Ja, das Shrek hat es auch ruhig liegen lassen. Natürlich doof, aber wenn ich da hochkomme, dann stehe ich ja nicht. Hätte ich ja nicht anders gemacht. Ha, ha, oh. Nein, schnell wiederkommen, schnell wiederkommen. Na, das kommt davon. Dass es hier schnell genug geht, können wir ja mal, rein theoretisch. Oh, ich glaube, das hier. Die liegen ja mittlerweile rum. Oh, dann habe ich das hier. Ha, ha, idiot. Oh, ich bin so doof, das war ich doch an der oberen Ecke. Oh, ich bin so behindert. Ah. Also, wie habe ich das Gefühl? Find the screen. Hop, hop. Nein, ich idiot. Nein, ich vollpfosten, ich behindertes Rotzkin. Okay. Ich meine, das sind ja so Indie-Titel, die sind echt lustig, ne? Oh. Ähm. Okay. Komm, besser. Ha, ha, wie gut ist das denn? Ja, fall da runter. Fall da runter, komm. Komm hierher, du Lusche. Ah, was habe ich denn gesagt? Ja, fall da runter. Ha, ha. Fällst, du fällst, du fällst. Oh nein. Das ist das Messer. Vergiss es. Jawoll. Ohne Messer. Wieso frisst mich dieser komische pinke Penis immer auf? Okay. Ich weiß jetzt auch nur nicht, wie lange das einen wirklich an der Stange hält. Wir machen mal hier so ein Multiplayer, aber gucken, was passiert. Offline versus? Nein. Wir machen online versus. Wahrscheinlich kriegen wir voll auf den Sack jetzt. Es ist ja wirklich simpel gehalten. Du kannst nicht viel machen. Spring, schlagen. Eigentlich war es das. Wie damals beim C64 oder sowas. Es tut mir leid, dass ich auch mal so ein kurzes Video. Null online. Das läuft. Das Spiel scheint ja beliebt zu sein. Ja. Das ist ja natürlich nicht so toll. Kann man hier mal ein Tournament-Omband machen? Das wäre natürlich doof, wenn ich jetzt. Startet Tournament. Okay, machen wir einfach das hier. Starting in. Alles klar. Wir versuchen es einfach mal aus. Höh! Ich glaube, das ist jetzt Multiplayer, ne? Oh. Ich verliere gegen jemanden... Jetzt kann der mich einfach so halten. Wie fies ist das denn? Ich verliere gegen jemanden, der noch nicht mal spielt. Sag mal, der spielt gar nicht. Aber jetzt können wir mal gucken. Weil so treffe ich ihn nicht. Wenn ich es so mache... Treffe ich ihn. Und so... Treffe ich ihn auch. So treffe ich ihn auch. Und so... Ich bin so ein hässliches Eselkind, Alter. Ehrlich. Okay. Das hilft ja auch nichts. Ja, im Endeffekt... Ich glaube, war es das schon. Komm, wir machen... Schau, dass... Ich gucke noch mal einmal... Multiplayer. Online versus. Ich möchte... Achso. Headchecker. Was quatscht du mich hier voll? Ich will auch gegen... Kann nicht sein, dass da keiner... Online versus da... Was ist denn das hier? Was? Achso, das ist nur die... Diese Schrift macht mich fertig, Alter. Nein. Ja, ist kein Online. Warum auch immer. Dann machen wir noch einmal Single. Um einmal nochmal zu gucken, wie schnell wir jetzt durchkommen. Speedrun, Uschi. Stirbst. Speedrun, Uschi. Speedrun, Uschi. Speedrun, Uschi. Ja, voll. Ja, es ist eine nette... Eine nette Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob... Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt alles schon erforscht habe. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Aber ich denke mal, für 14 Euro... Ist das schon ziemlich hart. Also... Hätte ich das jetzt nicht für 97 Cent plus zwei andere... Binnispiele von... Was heißt Binnispiele? Oder so einen Unititel von Humble-Banne geholt. Hätte ich hier wahrscheinlich nicht zugeschlagen. Ich finde es auf jeden Fall lustig. Aber... Für den Schnitaback kann man das mal mitnehmen. Finde ich ganz gut. Aber wie gesagt, nicht für... Autsch. Aber für 13, 40 Euro, was es bei 7 kostet, finde ich es zu hart. Wie gesagt, ich finde es schon... Ich muss ja gar nicht kämpfen, im Endeffekt. Nur weil da kann ich auch an die vorbeispringen. Beine ist green und hüpft. Hüpft. Ist Spaß. Ich kann mir es... Ich kann mir es aber Multiplayer richtig geil vorstellen. Das werde ich nochmal ausprobieren. Vielleicht suche ich mir mal einen Gegner und dann spiele ich das... Dann werde ich das nochmal ein Multiplayer spielen. Vielleicht macht das dann Lust und Laune. Und vielleicht nehmt das dann auch auf. In dem Sinne, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Mal einen neuen blind angezockt mit den Uschi. Mit Nidhawk oder Nighthawk. In dem Sinne, ich bin der Uschi. Ich kann mir die Ehre. Und euch bin ich nichts. Hau rein.